Hey Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video auf dem gommahd.net-server Ja, ihr hört schon, Doof ist dabei, oder Dick, ich bin doof Nein Ja, Danny ist auch dabei, der ist im Hintergrund, bzw. sitzt neben mir Und ja, wie ihr seht, spielen wir das Kit Enter Haken Haben gerade eine Runde, einfach so, just for fun, also ohne Aufnahme, das Kit Morpher gespielt Und wir haben jetzt herausgefunden, dass es echt nicht das beste Kit ist, bzw. dass es echt Shit ist Denn, wenn du jemanden killen willst, also wenn du jemanden killst, der ein Link ist, aber du schon ziemlich weit bist während der Runde Dann ist das klein bisschen cool, weil du dann die Fähigkeiten des Links bekommst Und somit halt, ich sag mal, die Popo-Karte hast Weil du dann mitten in der Runde, wenn wirklich alle schon Full-Dia sind, oder generell equipped sind Einfach wieder drei Herzen bekommst, das ist eine Sache, die ist eine Unmöglichkeit Das sollte man nun echt doch schon fixen, dass man dann als Link dann so, äh, als Morpher dann die Herzen von dem killten Link bekommt Wenigstens, dass man nicht direkt von vorne anfangen muss, oder sowas Und äh, ja, also das ist meine Meinung Ich glaub, ich bin nicht alleine mit dieser Meinung, sondern Danny teilt die mit mir Das ist echt ätzend, du bist mitten in der Runde, du bist gut equipped Ähm, hast zehn Herzen, bist nämlich grad, keine Ahnung, was für ein Kipp, was du halt vorher gekillt hast Beispielsweise Ritter war es jetzt bei mir Und äh, ja, ach ne, oh, hm, toll Kannst dich in Ruhe lassen, du Ich liebe diese Leute, ne, die einfach alles weg haben Was ist denn hier los? Ich war im Baum So, zack, zack, müssen wir anziehen Äh, da Ja, was kann ich denn machen, so Haben wir einen kleinen Freund Hey, geh weg Hihi Pff, was bist du denn für einer? Oh, Mann Auf jeden Fall, äh Wie gesagt, Alter, lasst die Finger von Morpha, ey Das, das macht euch nur sch- Oh, wow Junge, erschreckt mich nicht so Das macht euch nur Schwierigkeiten Das, das bringt euch nichts Ey, ihr könnt vielleicht, also wenn ihr gegen einen Link kämpft Oder rennt von einem Link weg, ihr Dass ihr im Finale gegen ihr seid, aber selbst dann habt ihr ja So gut wie verloren, weil Der ja einfach sich über... Ach, ich hab doch einen Hinterhaken Weil der sich euch ja nerven kann So Wisse Jetzt schauen, was der Hinterhaken hier alles eigentlich machen kann Hm Ja Ja Da steht ja an Wänden hochziehen So ganz stimmt das auch nicht an An den Wänden kann sich das natürlich nicht hochziehen Oh 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 Hey Na ja Ey, ich vergesse das immer wieder, ne Echt? Na, das war doch ein Geh ab takiall An Ich hab da gehört zu Ja Der ein Wegwerfen Kurz sortieren Das kann weg, das kann weg Abnummer Ich hab A Ey Ja Na, ich weiß Na, ta, ta Mist Herr, du Komm Heb das auf Abonnummer Das ist ja auch geil, ne? Warum? Warum was? Das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg, das weg. Er hat gerade nicht einen Helm. Oh nein, gib her! Nein, 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 nein. Das kann weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Du, 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 du. Das ist kein Bogen. Egal, ich will kein Bogen. Ich kann auch ohne Bogen. Ich bin ein, ein Angler. Ah ne, enter haken. So nice gekillt. Ich weiß ja nicht mal ob der mich meint. Mh. Mhm. Oh. Kannst mal gucken, was er geschrieben hat, Danny. Was hat er denn geschrieben? Schätze ich mal, oder? Richtig. Mh. Komme her, komme. Hey. Äh, ja, 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 ja. Zack, 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 zack. Ach, bin ja, nur damit. So. Hm, mal auf den Campus gucken. 3 Blöcke ist er noch entfernt, auf der anderen Seite würde ich das mal sagen. Ich habe noch immer keinen super Helm mehr. Okay, Gold Helm ist genauso gut wie ein ganz neil. Das ist einfach echt nice. Kann sich irgendwie rausziehen, ey. Macht mega Spass. Du bist also an? Ne. Ich hab ihn. Jetzt habe ich auch wieder Schuhe. Ah, Amex. Hey, da ist noch ein Wettkopf. Ach, 3 Sekunden. Das geht noch. Ich hab noch ein bisschen viel zu sein. Ja. Gucken wir ob er eine Angel hatte. Ja, warte, ja. Nicht den Weg noch. Und. Oh. Ach, das haben wir schon mal aus dem Gebiet. Also. Hm. Schau ich noch. Okay, den war eigentlich Fieber. Kann man ja immer gut gebrauchen. Ein Gold Apfel haben wir auch noch. Gut drum. Was suchen wir denn da raus? Ja, das hat mir auch noch einmal. Hoffen wir aber noch nicht, wenn wir ihn kennen. Hm. Ich glaub. Komm mal, nochmal. Hopp. Und. Hopp. Und. Hopp. Noch haben wir noch. Noch haben wir. Regeneration. Und. Hopp. Oh. Hm. Wird irgendwie nix mit dem Tauschen. Ich glaub, wie weiter entfernt jemand das? Dann nicht jetzt. Dann nicht. Du bist so ein... Ja. Was bin ich? Wahrsager? Komm. 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 Was einfach. Hey. Wo bist du? Warte. Heee. So, hast du schon sehr schön gemacht, junger Mann, gg auf jeden Fall, vielleicht haben die dafür gehört, oh man, es war wieder keine Musik da, tschuldige, tschuldige, ich glaub ich blende dann ganz leise irgendwas ein, ey ich vergesse das immer wieder ne, ich mach die Musik an und dann geht's da aus, egal, ich hoffe euch hat die Folge gefallen und ja ich bettel jetzt nicht hier, lasst Leute da oder Kommentare, ist mir eigentlich wurscht, ich mach's ja nur damit ihr das sehen könnt und wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja machen, wenn nicht schon, ich find euch echt egal, gibt da jetzt nicht so großen Wert drauf. Ja, dann sag ich mal, bis zum nächsten Mal, tschüss, Danny sagt tschüss.